So, und damit geht es weiter in WoW. Ich habe mich entschieden, wir machen doch noch schnell ein, zwei Inns. Mal gucken, wie viele genug. Weil es einfach momentan vom Leveln her ungefähr ist. Wobei es nicht viele Quests sind, heißt es ja nicht, dass wir es nicht machen können. Was macht der denn? Ich will jetzt entscheiden, was er haben will. Kann ich. Könnte es. Hatten wir ja nicht. Naja. Das mal habe ich. Stopp. Feuerwerk. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist. Früher durfte man sich dann danach Feuerwerk mitnehmen. Hätten sie ja nicht die Nachtelf nehmen können. Mussten sie da jemanden mit 5 cm Beinen nehmen. Morrigan dauert eigentlich lange. Vielleicht wird es dem Morrigan einer Einzelfolge. Kommt auf die Gruppe an. Mal sehen. Kommt auf die Gruppe an. äh feiert wenn die leute entstehen ja super jetzt mal eine sprengeladung hier platziert wenn sie sich auf das fass damit sie größer ist was ich mich gerade frage zum ersten mal warum helfen wir als horte Gnomen Gibt es diese langweiligen Momente in der Klasse mit einer davon und 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 Ich will hier nicht fünf Stunden rumstehen, das ist ultra langweilig. Wir müssen nur den Boss machen. Super, ich habe richtig gelohnt. Tricks-Maschine ist aus, das ist nicht gut. Nicht mehr der Boss kommt. Bitte. Nicht mehr der Boss kommt. wooooom wieder level up mate absinne inder trattel nimble Ich könnte nicht so wieder ticken ja wir machen den langen weg ist ja auch mal schieben hier sind Leute so wenig fliegen oh nein dieser Sound und er wird irgendwie vermisst der Bär ist jetzt nicht da ich habe mir eine neue Räume und was kriegst du denn hier ins Gesicht haben wir schon irgendwas eingesammelt das wir da reinstecken können ja cool bänden das bänden bänden weiter bänden 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 wo bleibt unser Tank ach da steht er noch an der lustigen Kiste hier ja 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 ich verstand immer im Klee nicht gut bänden bänden also im Klee es ist einfach dummheit weil es Tank rate ich doch sehr davon ab hat ein bisschen feste hin hin genau oder hat kein bock da ja 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 warum machen die denn so einen Scheiß und wir nehmen die Wut aber noch mit schütteln hau doch mal rein ja ja und exekcute hinterher und da gehen ja 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 Kann man nicht kicken. Ah, innen, genau, auf allen Seiten gibt es hier, äh, das A-Theme, in dem wir die Fests durchbrücken. Das ist total geil. Das ist einfach, das ist verdammt. Das ist verdammt. Pärchen, da wärst du. Hast du der Pulli schon oft gar nicht? Weil ich mich zum A-Theme sehe. Und die Low-Damager ziehen hier alles ran. Und so diese Abfallgruppen. Und so diese Abfallgruppen. Und so diese Abfallgruppen. Und so diese Abfallgruppen. Warum lässt er die nicht einfach stehen? Also bei manchen Spielern musst du dich echt fragen Aaron, was ist für Zweck in dieser Instanz? Das denke ich mir zu War nicht so schwer Was hat denn unser Priester? Ach von dir hier Mein Kopf ist übrigens gerade ein bisschen langsam Wir sind nachdem klar geworden Und ich das eigentlich schon gesehen habe, wenn ich da der Akku hatte Ich bin gerade verwirrt Ja, ich fahre mal durch den Großen Wollte doch nicht pullen Einmal Oh oh, Warnung, Warnung Das ist nicht gut Okay, kommen sie schon Gehen die zurück Was machen die? Gehen zurück Seht unser Dings auch wieder auf Ach, dann hätte ich noch Was macht ihr denn? Ah, ihr Helden, echt Manchmal sollte man sich einfach nicht mehr fragen, weil man nicht mehr darüber nachdenken sollte Früher war das an der Stelle, sonst wäre ich nicht mehr weit Früher war das an der Stelle, sonst wäre ich nicht mehr weit Anstatt den ganzen Wo ist jetzt weiter Auch mehr hier, ist das richtig warm Ja Teddy, bewegt dich Welche Richtung? So, wo ist jetzt hier? So, wo ist jetzt hier? Mal halt unten den Teddy weiter Wenn der nicht kommen möchte Der ist aber kloppte Schamane, ne? Der Autor hat wieder alles gepullt Boah Also, weißt du, das Ding jetzt mal Ich hab mir das ganze hervorgenommen Hier So ein bisschen E-O-W-Lets-Fan Oder Schnauzeiten, einfach um zu spielen Wo wir sich nicht mit Kette-Questen sehen Wenn du in die Idee gehst Deswegen bin ich hier einfach nur Total verwirrt, glaube ich Du findest einfach keinen normalen Mensch Schnauzeiten Ja Gut, hört Das wird da Oh, kann man kicken Oh, kann man kicken Gott, was ein Krampf Ich bin sehr froh, dass das vorbei ist Und Ich würde sagen, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen Das reicht mir für einen Part Und das reicht mir für heute Abend Also Vielen Dank fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss